Schönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren C-Sharp-Tutorial-Video hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich mich mit Switch Case beschäftigen. Das heißt, ich möchte euch zeigen, was ist Switch Case, was kann man damit machen, wie wird es programmiert und was ist vielleicht der Unterschied zu anderen Abfragemethoden. Fangen wir am besten gleich mal vorne an. Switch Case ist eigentlich eine Anweisung, in der man eine Auswahlmöglichkeit sich vorher festlegt und schaut, ob zum Beispiel eine Variable oder ein Objekt oder was auch immer diese Auswahlmöglichkeit bietet. Das heißt, es ist eigentlich wie eine If-Abfrage, nur dass ihr die Fälle vorgegeben habt. Diese Fälle werden dann Cases genannt und das zeige ich euch am besten mal. Switch Case funktioniert folgendermaßen. Das erste, was wir vielleicht mal erstellen, ist eine Variable, die nennen wir Test und da packen wir mal eine 2 rein. Als nächstes kommt nun unsere Switch-Anweisung. Die Switch-Anweisung wird folgendermaßen programmiert. Switch, Switch und dann Runde Klammer auf, Runde Klammer zu und das, was ihr an Werten übergebt, das ist das, was wir in der Variable Test haben zum Beispiel. Das heißt, wir übergeben der Switch-Anweisung den Wert, der in Test steht. Als nächstes machen wir natürlich dann unsere geschweiften Klammern, das heißt, wir wollen wieder ein paar mehr Anweisungen dort eintragen und sind dann schon bei unserem ersten Case. Das bedeutet, Case ist der erste Fall, also was kann passieren? Das ist eigentlich wirklich wie eine If-Abfrage, das heißt, wenn Test, in diesem Fall zum Beispiel Case, wenn Test 1 ist, dann soll folgendes passieren, das heißt, ihr schreibt einfach in Case 1, dann Konsole.WriteLine und dann gebt ihr ein, zum Beispiel, dies ist der Fall 1. Dann setzt ihr dahinter, ganz wichtig, da habe ich die Anführungsstriche vergessen, so, dann setzt ihr dahinter ein Break. Das heißt, das Break ist in diesem Fall ganz wichtig, denn damit verlasst ihr, sollte dieser Fall eintreten, komplett dieses Gerüst. Ja, das zeige ich euch aber gleich nochmal genau. So, das heißt, wir haben jetzt den Case 1, wir können noch einen Case 2 machen. Case 2 und dann machen wir wieder Console.WriteLine und dann sagen wir, ähm, das ist der Fall 2 und als letztes haben wir zum Beispiel noch den Case 3 und da machen wir wieder Console.WriteLine und haben dann zum Beispiel, dies ist der Fall 3. Fall 3, so. Jetzt haben wir hier quasi unsere drei Möglichkeiten, aus denen ausgewählt werden kann. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich noch eine Möglichkeit schaffen, dass, wenn zum Beispiel der Fall 4 ausgewertet wird, den es ja hier in diesem Fall gar nicht gibt, dass dann einfach ein sogenannter Default-Fall eintritt und dieser Default-Fall, der tritt immer genau dann ein, wenn, ähm, wenn die anderen Fälle nicht greifen. Das heißt, Console.WriteLine und dann haben wir hier, äh, können wir zum Beispiel dann schreiben, äh, dies ist der Default-Fall. So, und dahinter müssen wir natürlich, genau wie bei den anderen sehe ich gerade, müssen wir da auch ein Break hintersetzen. Das habe ich jetzt hier oben vergessen. Das gehört natürlich hinter jede, ähm, Case-Anweisung. Ansonsten verlassen wir nämlich unsere Auswahlmöglichkeiten nicht. So, das haben wir jetzt und, ähm, jetzt starten wir einfach mal das Programm und schauen mal, was dabei herumkommt. Das heißt, wenn ich jetzt auf Run gehe, dann steht hier, das ist der Fall 2. Warum ist das der Fall 2? Nun, kommen wir zur Switch-Anweisung. Die Switch-Anweisung, der wird die Variable Test übergeben. In Test, das ist eine Int-Variable, da steht die 2 drinne. Und die, ähm, Switch-Anweisung sorgt dafür, dass geschaut wird, hey, handelt es sich um Case 1, also steht eine 1 drin. Hoppla, was habe ich gemacht? Case so. Äh, steht eine 1 drin. Wenn ja, dann führe das aus, was hier steht und Break, mit Break verlasse diesen, diese Switch-Anweisung komplett. Dann, äh, sollte das nicht der Fall sein. Dann wird geschaut, okay, handelt es sich vielleicht um Fall 2? Gucken wir nach. Ja, das ist der Fall. Also wird das hier auf dem Bildschirm ausgegeben und wieder wird diese Switch-Anweisung mit Break verlassen. So, wir können das jetzt mal testen, indem wir zum Beispiel hier einfach mal eine 100 eingeben. Eine 100, unsere Variable im 100, ähm, ähm, initialisieren und dadurch eben jetzt die 100 übergeben. Das heißt, Switch, dann übergeben wir die Variable Test, die jetzt 100 ist und wir schauen, was passiert. Und siehe da, dies ist der Default-Fall. Das heißt, wir haben natürlich nicht die 1, 2 oder 3, sondern wir haben den Default-Fall. Das können wir hier auch nochmal schauen, indem wir hier eine 3 hinmachen und das dann ausprobieren. Dies ist der Fall 3. So haben wir eben die Möglichkeit, aus bestimmten Fällen auszuwählen und zu sagen, wenn diese 3 Fälle nicht der Fall sind oder nicht vorher ausgewählt wurden, dann können wir noch den Default-Fall nehmen. Und das ist was ganz anderes. Also wir haben hier noch eine weitere Verzweigungsmöglichkeit neben der eigentlichen IF-Abfrage. Natürlich könnte man so etwas auch mit einer IF-Abfrage machen, ähm, aber in diesem Fall ist es eben mal vielleicht mit einer Switch-Case-Anweisung gelöst. Das ist schon alles zu Switch-Case. Es gibt noch, äh, andere Dinge, die man damit machen kann. Also man könnte auch sagen, ähm, Fall 2 und Fall 3 wären dann, ähm, zum Beispiel, äh, dasselbe. Also da würde dann zum Beispiel eine Sache ausgegeben werden und Fall 4, Fall 5 und so weiter. Das könnte man alles noch programmieren, aber so im Prinzip, und das ist das, was ich euch zeigen wollte, funktioniert die Switch-Case-Anweisung ganz, ganz easy. Das war's mit diesem Video zu Switch-Case. Wenn ihr noch Fragen habt, hämmert's in die Kommentare. Ich würde mich über ein Like freuen, natürlich auch über ein Abo. Und ansonsten, äh, würde ich mich freuen, wenn ihr meine Videos weiterschaut, einen Daumen oben nach da lasst und dann bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao und auf Wiedersehen.